für das feuer brauchen wir glaube ich so arbeit dieses zeug oder wie das heißt keine ahnung ich kann halt kein feuer bauen noch einen wunderschönen guten schimmy wollte gerade mal kurz irgendwo hin keine ahnung ja vielleicht ist halt gerade in der küche oder sowas irgendwo in der ecke kämpft aber wahrscheinlich sooo schon mal hier da spielt er da am licht rum der art menge oder was bewegen sich auch deine wagen wenn der holz haus ja mir gar nicht jetzt ein bisschen überleben das geht halt hier etwas langsamer jetzt passiert was lagerfeuer kochen wasser magie jetzt passiert wieder nichts mehr wo man so 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 Ah, mal ein paar Epsi essen. Ja, wenn du Lagerfeuer haben kannst, kannst du ja schon mal eins bauen. Ja, mache ich gerade. Robo stopp. Gut. Baut. Wo, stellst du hin? Na, erstmal musst du sagen, wo wir bauen wollen. Hast du jetzt hier oben das kleine Ding gesehen, was ich jetzt habe? Wo, 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 wo? Weil ich wollte ja nun eh doppelstöckig bauen, willst du nicht, dass wieder irgendein Viech am Zaun durchkraut? Ja, ja, das weiß ich inzwischen, aber trotzdem möchte ich persönlich unten schon noch genug Platz haben. Zum Beispiel auf der Fläche hier. Wo du jetzt bist. Da könnte man hier nach hinten noch raus bauen. Dann müsste man eigentlich hier oben anfangen, wo das der höchste Punkt ist. Ihr könnt ja dann hier zum Beispiel Lagerfeuer erstmal hinsetzen, hier genau hier oben drauf. Ja, das kannst du jetzt auch mal irgendwo hin klopfen, wo wir einigermaßen hinkommen. Denk ich mal. Denk ich mal. Lagerfeuer kann hier nicht bleiben. Hm, okay. Oh, dann machen wir es halt hier hin. Ist okay. Gleich schaust du noch nicht, wa? Nee. Stroh geht noch nicht. Schade. So, ich bin mal hier im anderen TS. Alles klar. Tadü, hau rein. Ehm. Den Haus unten, was du da gesehen hast, ja? Mhm. Ich glaub ich mir das mitbekommen hast, normalerweise, wenn da jemand online ist, oder war, dann hast du ja sieben Tage Zeit, bevor du abgerissen werden kannst. Was du ja eben gesagt hast, war nur noch so ein Tag, oder was? Ja, ein Tag, 20 Stunden. Also der war schon über 5 Tage nicht mehr online. Und, ich weiß halt nicht, wenn wir Glück haben, Wenn wir Glück haben, könnte man das sogar übernehmen. Den hässlichen Bunker. Ja, ich meine, da sind doch ohne Ende Kisten drin. Watzlscher drin? Ja, ja. Weiß ich nicht. Alle Kisten und sogar mit anderem Namen. Also da für Fleisch, Holz, Stein, Späfel, da ist alle drin. Die haben aber alle ein Passwort. Ich überlege gerade die ganze Zeit, Mensch. Holz hacken ist wirklich falsch. Weil wir müssen ja erstmal Stroh sammeln jetzt ohne Ende, oder? Für die Strohhütte. Wir brauchen auf jeden Fall Stroh auch dazu, ja. Versuche ich nämlich mal mit... Was für eine Verarschung. So, jetzt. Jetzt, jetzt, jetzt. Stark. Hast du die Häuser mal angeguckt, da oben, die sie gebaut haben? Ja, ich bin doch vorbeigelaufen. Das klingt aus, die Dinger, wa? Ja. Oh, mir auch gefallen. Falls du das Essen brauchst, hier Blaubeeren oder so, sag Bescheid. Das habe ich vorläufig, danke dir. Dadurch, dass ich eh mit der Fäuste die ganze Zeit hier kloppe. Aber ich glaub Stroh kriegt man mehr, wenn man mit dem... Stroh und Gras kriegst du mehr, wenn du mit dem Schwert draufklopft. Okay. Hält immer irgendwie nur die... Oh, hier ist ein Tier. Der will 16 lang hohen. Soll ich mal drauf hauen? Wegen Fleisch? Oh, beschwer dich nicht, wenn du drauf gehst. Oh ja. Oh ja, ich brauch Hilfe. Nö. Okay, warum nicht? Weil ich es dir eben noch gesagt habe. Ja, aber der ist doch... Mein Gott, ey. Also... Ernst ehrlich, da fragst du mich aber auch nicht mehr nach Hilfe, wenn du irgendwas am Arsch hast. Ja, du hast doch angegriffen. Ja, es geht doch aber um Fleischpill. Was für uns ist. Egal, is down. Okay. Level up available. I-Club langsam echt, die haben das am Server so eingestellt. Kannst du schon irgendwas bauen? Außer ein Lagerfeuer? Ich kann noch nicht mal ein Lagerfeuer, gestehe ich. Ja, siehst du. Aber das Survival geht jetzt erst hoch ab Level 4. Dann wird's gehackt haben. Du hast einen gewissen Devil brauchst, bis du das überhaupt machen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim anderen war, aber da waren wir wesentlich schneller oben. Aber daran liegt's wahrscheinlich. Okay. Ja, das kann sein. Aber die haben auf jeden Fall die XP hier sehr normal. Weil jetzt läuft's alles ganz smooth entspannt. Ich finde es mit den XP ganz okay. Gut, das war jetzt am Anfang grad ein bisschen weh, aber... Also ihr kriegt nach wie vor nix, oder? Gar nix so. Du wirst auch Level 4, oder? Ja. Ja, weil bei mir geht Survival dann alles hoch, wenn ich jetzt hier Stroh sammle auch. Bei mir nicht. Lagerfeuer kann ich jetzt aber schon. Moment. Jetzt müsste es eigentlich grade kommen. Ja. Jetzt. Hab ich's grad bekommen. Und jetzt kann ich auch Stroh herstellen. Im Lagerfeuer. Ja. Ja. Ja, das kann ich auch. Aber da... Aber jetzt... Jetzt passiert ja nischt. Muss mal aufpassen. Äh... Fleisch ist drin ein bisschen. Falls du brauchst. Futter erstmal die Beeren alle zu Ende. Ja, mach ich auch. Ich glaub das liegt tatsächlich wirklich rein am Level. Ja. Wenn du jetzt so Pling Pling machen könntest. Level 30 wär's. Dann würdest du es einmal auf den Baum hauen. Wurdest du wahrscheinlich so schnell deine XP-Balken fliegen sehen. Möglich. Aber ich find's halt sowas mag ich halt bei so nem Spiel halt überhaupt nicht. Weil... Du stopst die ganze Zeit irgendwelche Ressourcen und musst eigentlich alles wegschmeißen. Und kannst gar nichts gebrauchen. Ja, an der Seite ist es aber halt auch langweilig wenn du jetzt hier innerhalb von 5 Minuten auf dem Maximal-Level bist. Ja, und auf so einem Server würde ich nicht spielen wollen. Aber auf so einem Server war ich ja auch noch nie. So wie der alte Server war, war schon gar nicht schlecht. Da hat sich der zum Schluss auch ganz schön gezogen. Ja, und der war mir sogar ein bisschen zu schnell. Der war okay, aber ich fand's jetzt ein klein bisschen zu schnell vielleicht. Aber das ist Geschmacksfrage natürlich wie immer. Ich hab gerade Leute von hier gesehen, die Level 30 waren. Also, das müssen ja Leute sein, die ja wirklich schon lange hier spielen. Naja, ein paar. Die müssen wohl lange spielen, wenn ich mir die Häuser teilweise anschaue hier. Ja. Wir werden schon ein paar was gemacht haben, gehe ich davon aus. Ich hoffe nur, dass die regelmäßig den Server neu starten. Nicht, dass wir irgendwann hier wieder die ganze Insel hier gerodet haben. Ne, denke ich schon. Aber wie gesagt, der Atmen, der kümmert sich ja auch. Ja, ich hatte gestern bei dem anderen Server auch den Eindruck, dass das schon nachwächst. Nur sehr langsam halt. Das wäre ja okay. Okay. Relativ wenige Viecher gehen wir hier gerade. Und das ist aus Strawwork. Also, wir brauchen Level 5 für die Basen da. Okay, Level 5. Hä? Aber ich bin Level 6. Na gut. Dann musst du jetzt, ähm, dein... mit Stroh. Entsprechend. Skillen. Und das macht man mit... Strawwork. Ja. Stroh sammeln. Was für ein Wunder. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist extremst Level abhängig hier alles komplett. Ja, aber beim anderen auch. Da ist es uns nur nicht so aufgefallen, weil wir da so schnell den Level oben hatten. Ja, ja. Jetzt bin ich wie gesagt Level 6 und jetzt kann ich auch, wenn ich... Also jetzt, wenn ich jetzt Stroh sammle, jetzt sehe ich auch am Balken, dass XP hoch geht. Mhm. Bei Stroh arbeiten. Aber die Viecher sind ganz cool, dass man hier so seine Ruhe hat, hier oben auf dem Klinberg. Im Moment sehe ich hier unten im Vergleich zu gestern, aber zu dem anderen selber auch nicht wirklich viel Viecher. Da war doch alles voll. Ja. Ja. Auch Goblins und was weiß ich nicht alles. Ja. Das sieht im Moment alles recht entspannt aus. Was? Nö. Nein. Ja. Dann ist jemand anders rausgeflogen. Dann hat es gerade jemand anderen aus dem Channel rausgekloppt. Ups. Jetzt hatte ich gerade aber mal einen Monster-Lack. Da habe ich den Eindruck, dass mehr Stroh und Gras rausgekommen ist. Ob das... Ja, ja, ja. ... nur ein subjektiver Eindruck ist. Keine Ahnung. Kommt doch raus, aber du lüllst damit irgendwie komischerweise nicht. Oh. Oh. Wahnsinn, wie lange das da hoch ist. jetzt arbeiten mit stroh endlich wie zum henker hat der jetzt aus dem steinspruch rausbekommen so dann sag mal jetzt was wo setzen wir die ersten fundamente hin moment ich mach gleich mal hoch ich hätte ja bock hier oben eigentlich so weißt du ganz oben auf dem felsen ja probier's aus also hochsetzen wie bist denn da hochgekommen überhaupt ach da aber das sieht schlecht aus du kannst schon mal hier die fundamente gar nicht setzen na gut dann hat sie das erledigt na du müsstest ne das klappt nicht also du könntest es hier ganz oben bauen müsstest dann aber mit diesen fehler oder feiler oder wie das heißt ich denke mal dann bauen wir da wo du jetzt stehst hier angefangen weil das relativ die höchste stelle ist dann kann man das nach rechts und links angleichen dann machen wir dazu und jetzt mal alles ordentlich zu machen hier fängt es nämlich schon an kann ich nicht ran bocken oder oder wir gehen doch unter an strand hier geht doch ja aber hier die ecke wird es dann eng oder genau aber ich meine ich finde es jetzt auch nicht so schlimm mein gott gut da möchte ich mal später einen pfeiler hinbauen ja genau also die fläche kriegen wir hier auf jeden fall voll probieren wir es doch mal so ähm im feuer habe ich jetzt gerade wieder was reingelegt achso Garn brauche ich Garn habe ich hier da Stroh da mehr kann ich nicht anbieten ja reicht gucken muss mal runter was trinken gehen ach das sieht aber gut aus jetzt das ist ja witzig ey das ist echt nur die eine nur die eine ecke die hier fehlt ja dann lassen wir die frei und versuchen da dann später mal ein Dings reinzusetzen ein pfeiler oder sowas ne scheiße hier kann ich auch nicht mehr bauen kann noch leider kein pfeiler bauen ach kacke man ey hätten wir mal doch da unten gebaut können wir mal noch machen noch haben wir nicht viel verloren ja weil wir kommen hier nicht weiter dann lass es und komm hier runter nicht das zunehmen bringt ja nix ich weiß wieder ab da schade ja es gibt jetzt schlimmeres aber ich hätte hier voll zick zack jetzt gebaut das bringt ja dann auch nix ne ne du konntest die foundations halt echt nicht aneinander wappen weil wir können ja mal später probieren ob man da rüber bauen können wenn wir pfeiler und was können aber jetzt momentan bringt das ja nix aber lass uns mal nicht wieder so ein riesen base bauen bitte lass uns erst mal eh n raum bauen weißt du und dann können wir ja wie sagt uns immer wieder vergrößern dann oben bauen wir Raum für Raum weißt du Raum of restoration bauen wir mal craft all ich baue die foundation du baust wende sobald ich sie kann so weit bin ich noch nicht so ich hätte es hier und dann angefangen aber okay okay ja weil deshalb höher ist im schluss kriegt man das wieder nicht hin er kennt jetzt die hege hier davor gebaut also ich finde es halt im wasser halt einfach schön weißt du ja man kann es gemischt machen aber wie du meinst man könnte ja hier hinten zum beispiel muss man noch keine wand drin ziehen sondern man könnte ja dann hier wie so eine wassertrasse machen dass man zwei stühle macht eine bank wo man dann auf die fliegende insel gucken kann ich muss mir da noch überlegen wie ich das dann jetzt mach dann mit meinem garten später in der wasserleitung aber ist okay kriegt wahrscheinlich alles sie du mal wie du meinst ich habe gesagt die gleiche hier werden wir auf mindestens also wirklich mindestens einen monat spielen müssen bevor wir überhaupt so weit sind wie auf dem anderen server auch wenn ich auf den baum haue ja habe ich also also wirklich auch wie wenig ressourcen ich zum teil kriege ich weiß nicht ob das dann doch bei mir verbuggt ist ich habe keine ahnung ich weiß nicht ob das dann doch bei mir verbuggt ist ich habe keine ahnung ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht was ist denn das? was ist denn das? ja 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 Vielen Dank. Okay, weiter geht's. Okay, das ist interessant. Was denn? Jetzt bin ich von Level 4 auf Level 5 gestiegen und habe ungefähr drei Viertel von Level 5 schon voll. Okay. Das ist jetzt mal sehr interessant. So, was sagst du denn so zu der Größe ungefähr? Ja, aber musst du mal runterkommen, wenn wir mal in den Augen gucken. Also ich finde, das zum Beispiel von der Größe ist super ausreichend. Wenn wir das dann doppelstöckig bauen mit Treppe drin. Du kriegst nicht viele Viecher rein. Da oben drauf. Mir ist jetzt zu klein, aber jetzt können wir ja damit erstmal anfangen. Ja, wenn nicht, wie gesagt, wenn nicht erweitern war halt dann später. Aber wir müssen halt daran denken, dass wir auch alle da Steine noch bauen müssen. Wenn du da ein Haus baust mit 500 Fundamenten, dann war es beim Steinausbau. Obwohl ich auch nicht mal weiß, ob man Steine braucht. Aber ich meine, irgendwann willst du das halt auch haben. Denk ich mal. Ich will mal kurz meinen Kaffee holen. Ja. Ich will mal kurz meinen Kaffee holen. 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 Auf jeden Fall ist Tagesaufgabe, denke ich mir auf jeden Fall noch, dass wir hier Wände, Tür reinbauen, dass wir hier drin schlafen können, sicher, wisst ihr? Ich habe keinen Bock jetzt, bis zur Stadt zu loben und da auszulogen. Das war's für heute. Ja. 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 Dekor. Ja, halt doch. Na, Dekor ist denn Fackeln und sowas. Nee, sind Dekorationen. Na ja. Fackeln. Ja, das stimmt. Ja, da können die Fackeln dazu gehören, ja. Die Fackeln hab ich bekommen, wo ich mit dem komischen Wildschwein... Da bin ich eh immer durch den Busch gerannt. Auf einmal war Dekor gleich auf Level 2 oder so. Ja. Ja. Okay, aber ein bisschen Verzögerung ist hier auch. Ab und zu, wenn ich losrenne, kommen dann irgendwann noch irgendwelche Sachen hinterher plötzlich. Ja, das hab ich auch. Aber das ist wirklich minimal. Also das kannst du ja... Der andere Körper war wirklich deutlich schlimmer. Der war ja teilweise nicht spielbar. Ja, was mich halt ein bisschen... Und das ist so die Bauern jetzt halt wahr. Weil du brauchst dich hier... Wenn du mal eine Stunde Zeit hast, brauchst du dich einloggen. Weil das... Du kommst ja gar nicht voran. Das ist ein wichtiges Spiel dafür. Solche Survival Games. Ja, ich weiß. Ich glaube, du hast halt immer ein bisschen was zu tun, sag ich mal. Aber... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel arbeiten bin die Woche, ich hab jetzt auch wieder Spätdienst, da ist bei mir nicht viel mitzocken. Und ich werde frühs halt auch bloß, äh... Vielleicht ein Stündchen spielen wissen und dann geh ich ja eh wieder zur Arbeit. Ops... Was hab ich jetzt gemacht hier? Was komisches. Ich glaub hier auch manchmal echt so bestimmt eine Minute auf dem Baum rum, ohne dass ich irgendwas rauskriege. Ja, und dann kommt es plötzlich halt jetzt auf einmal daher. Ja, schon gerade aufgefallen. Aber gut. Da, da, da ist ein Stein. Gleich messen wir uns noch Bescheid. Hm? Im Moment ist alles gut. Ich hab immer noch, äh... ... 15 Stück hab ich noch. Garibaldi! Guten Abend! Willkommen auf dem Stream! Wie geht's dir? Mein lieber... So, so, so. Mal alles wieder reparieren. Ähm... Sehr schön. Ich überlege euch die vier Fundamente hinten im Wasser jetzt wieder abgeißen. Nur die vier Stück. Weil... Man kann da eh nicht mehr weiter bauen ins Wasser. Sag du mal was. Äh... Wie die vier? Die, die wo ich jetzt stehe. Du kannst hier nicht weiter, äh, nach rechts bauen. Naja, das sieht scheiße aus. Ja, oder? Und nach vorne raus? Also zum Wasser raus? Nee, nee. Passt da noch ne Reihe hin? Nee, nee, eben nicht. Aber ich hab halt überlegt, wenn wir das hier stehen lassen, könnte man zum Beispiel hier ein Band bauen, könnte das ja als Terrasse nehmen, die vier Dinger. Ja, deswegen war grad die Frage, ob man hier vielleicht noch ne Reihe hinbekommt. Nee, eben nicht. Aber ich denke mal, wir lassen das hier stehen. Lass es jetzt mal, dann kann man es sich immer noch anschauen. Ja, wir machen eine Terrasse draus. Ja, wir machen eine Terrasse draus. Ja, nochmal aus. Ja, das soll einfach. So... hmm also mit fünf habe ich jetzt nur die foundation gelernt und keine keine wände warte mal wann komm ich schon du bist doch ein level höher ja warte mal was brauche ich denn da für draw work da brauchen wir rang 2 na gut dann gehen wir noch ein bisschen stroh sammeln aber das ist kein problem jetzt hat es aber gerade geleckt so brauchst du stroh ja gut dann komm ich mal was mir aufgefallen ist dass die innenseiten genauso aussehen wie die außenseiten ich meine ich finde es nicht schlecht weil dadurch hast du ein problem nicht dass du die wände unterdrehen muss dann genau ganz genau kurz warte ich brauche so was habe ich denn dabei holz stroh und ein paar seite aber jede menge stroh und steine natürlich gar nicht ohne ende gut ohne ende habe ich jetzt nicht ich habe ein bisschen was guck mal kurz ich habe eine meinung zu dem spiel garibald habe ich mir schon machen können bisher macht es eigentlich recht spaß mal kurz mal rein und hier hinten kommt es noch eine tür rein dann machen und dann machen wir hier so einen kleinen zaun und da können wir hier stühle und probieren wir es einfach mal aus oder wie so eine wasser terrasse und von hier könntest du zum beispiel auch dann deine leitung legen wasserleitung ja da schauen wir mal so weit sind also bis dahin ist noch ein bisschen da geht noch ein bisschen ähm wasser die isa runter ja ne also ähm wie gesagt caribaldi meinung zu dem spiel ist immer noch spiegelspalten ist natürlich eine alpha aber dafür relativ ausgereift und so eigentlich ähm ja ganz interessant bisher ist halt wie arg war kann man sagen aber halt ohne die saubere ja ja drauf läuft es hinaus und dafür halt mit dem ganzen anderen gefiech wurde es ok so weit ja ist auf jeden fall was neu ja definitiv mal hier keine dinosaurier thames sondern halt drachen und Einhörner und so ne sachen halt falsche fantasy sachen halt cool wildschweine wenn du Garn hast nehm ich dir immer ab ich hab neun stück und die brauch ich grade na komm na komm level up sit korrekt korrekt caribaldi jetzt ist das so da ist vieles von ARC übernommen das sind ja eigentlich auch kommt ja eigentlich auch von den Entwicklern von ARC ursprünglich also insofern äh kein Wunder und deswegen merkt man auch dass hier auch natürlich schon entsprechend die Erfahrung mit drin ist bei der Spielentwicklung also das kommt nicht ganz von ungefähr natürlich finde ich jetzt aber nicht so nachteilig ganz im Gegenteil gilt auch nicht die wissen jedenfalls was sie machen ja also Moment machte mir schon so den Eindruck als ob die wissen was die hier gemacht haben und für ne Alpha Pre-Alpha ist es ja relativ ähm bugfrei eigentlich relativ natürlich ich sag das alles relativ ähm Lagerfeuer setz ich auch schon mal hier drin hin hab ich schon hab ich schon ok na f*** war der Boot ist egal die setz ich jetzt weder daneben ja ja es ist jetzt es gibt schon alles sooo jetzt hab ich grad nen Bug hab Lagerfeuer gebaut und hab's nicht im MV hm schauen wir ob's das nicht unten auf der Schnellleifte schon hast ne ist nicht ach doch ja ich baue jetzt ja ich baue jetzt mal in die andere Ecke ja das war ich ein bisschen Licht ähm ähm so ja hier gewicht und attack nochmal drauf ja ja muss man mal abwarten wie sich das Spiel dann entwickeln wird ja hm haben wir das gebraucht mit den Fenstern oben? naja warum nicht äh geht nicht anders ich kann keine Wände bauen keine ohne Fenster? ok ne na die Dinger die ich jetzt baue die heißen ja Schäbierwand so dass die Fenster drin haben ist ja auch neu aber gut so und dann können wir nämlich auch hier unten wenn du magst Blände bauen kannst kannst ja schon mal dann irgendwie drei Räume bauen oder vier Räume in dem kleinen Ding vier Räume oder genau genau oder wir machen zwei Räume dann trennen wir die halt in der Mitte das wird ja eine Besenkammer das wird ja eine Besenkammer darfst das wäre mal cool na da sind wir noch nicht so weit glaube ich ne wir brauchen da brauchen wir noch ein Stück Auregen Survival brauchen wir dafür auf jeden Fall so weit ich weiß ohne Ende Garn 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 ich hack grad wie ein Weltmeister ich tu sozusagen mein Bestes ich überleg grad ob ich da so einen kleinen Trick anwende weil man levelt halt echt schnell wenn man ein Viecher tötet das gibt die meiste XP meinst du umlegen kannst? ja ne gerade eben Level 16 war ja auch kein Problem ne Truhe wenn wir langsam bekommen würden wär auch ne schicke Geschichte ja auf jeden Fall hey du hast mit dem Baum grad auf den Kopf geschmissen du und? aha wir arbeiten mit Stroh 6 wow schäbiges Dachfenster gut Wand geht inzwischen bei mir haben wir jetzt auch erreicht warte mal sollst mal reparieren sollst mal reparieren den weiter kloppen wär gleich Ohnmächtig ja dann geh doch mal Luft holen in der Zeit achern 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 es hilft nichts wenn du hier vor als Schöpfung zusammenbrichst ja Ena muss ja von uns Behn was machen du siehst ich bin eine Maschine ach also stell dich nicht an Oh, perfekt. Brauchen wir ein Dach? Aber kein Schrägdach bitte. Das kann ich noch nicht, das musst du machen. Ja kann ich, schäbige Dicke, was ist das? Ja Garn, 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 Garn. Ja ich komm gerade zurück mit ein bisschen Garn. Ja, bleib da, komm. So, warum was denn hier? Da. Jawohl. Hast du ein bisschen Fleisch für mich? Warte, wie kann ich das denn teilen? Äh, wenn du draufklickst in deinem Inventar, müsst du doch unten in der Leiste, ähm, Split stehen. Also aufteilen. Ah, hier teilen. Ah, hier teilen. Ja. Passt das? Ja. Dann brate ich mir erst mal ein richtiges Steak draus. Ich werde dann, wie gesagt, gleich mal losgehen, äh, mal ein paar Tiere töten, dass wir ein bisschen Fleisch haben. Äh, den kann man bestimmt ausschauen, reparieren wieder. Ja. Das kennen wir nicht nur, missen wir sogar. Das kennen wir nicht nur, missen wir sogar. Okay. Aber Treppen können wir noch nicht, da müssen wir später auch noch dran denken. Ja. Ja. Aber ich würde eh sagen, dass wir wirklich eine Rampe von draußen auch ran bauen, die denn hier hochführt. Oben denn halt, oben halt halt diese Tor hinbauen. Ja, das können wir doch mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich weiß nicht, ob mein Plan aufhielt, weil das Problem ist, dass der Tor wirklich sehr, sehr spät gekommen ist erst. Naja gut, also, die ersten Viecher, die hier sind ja auch mal Reitviecher, die mir vor die Tür stellen, das ist jetzt auch nicht so wild, wenn die drauf gehen. Ah, nein, ich glaube Taming war doch hier schneller, oder? War das nicht so? Ja, aber dafür brauchen wir auch erstmal den Fernkampf. Und da bin ich jetzt gerade erst bei 85%. Und dann... Also, ein bisschen braucht es noch. Aber es wird schon. Wir kommen in die richtige Richtung. Auch ein Schlafsack. Ja. Ich bin komplett müde, irgendwie. Ja, das müsste eigentlich bei dem Survival sein. Und da sind wir noch nicht so weit. Ja. Ja, du musst halt, ähm, Blumen fressen. Oder reicht das noch nicht? Blumen essen? Ja, das war doch da für die geistige Fitness. Diese roten Blumen da. Hä? Ne, das war für Mana. Kannst du ja nochmal testen. Teste mal, ja? Also, soweit ich weiß, ist das aufgegangen. Guck mal. Guck mal. Wie viel, aber immerhin. Ne, geht nicht. Warte mal. Probier gleich mal aus. Da feuerbrennt übrigens immer noch. Ja. Ja. Dauer nicht so hoch. So, Fokus. Fressen wir mal. Doch, der Fokus geht rauf. Beim Blumen fressen. Echt? Ja. Bei mir nicht. Wenn du auf I für Inventar drückst und links auf den Fokus schaust, dann siehst du, dass die Zahl hochgeht. Sobald du diese rote Blume frisst. Halt bei mir jetzt nicht gesehen. Ich meine aber, ich hab halt ein gehendes Symbol. Ich bin halt müde. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich dafür ist. Ich hab keine Ahnung. Aber... Uah! Level 60 Goblin. Okay. Könnte das sein, dass wir uns damit überfordern? Ja. Schon, gell? Ja. Wo hast denn den schon wieder gefunden? Im Wald irgendwo. Ein Rotkäppchen? Ja. Da, man macht mich fertig, wo er immer die 4 herzieht. So, Seilsteinholz. Ja. Dann, los. Ich find hier keine Bluttiere. Ist ja echt krass. Oh, ich kann eine kleine Truhe bauen. Oh, nice. Kann ich noch nicht. Ich hab ein Viech. Ich schau gleich mal. Was brauch ich für die blöde Truhe? MMM. Holz und Stroh. Holz, Stroh, Seile. Natürlich. Wie sollte es anders sein? H меся thirty so, wenn repet ein Eifem im Journal zu holen. Wie viele jفس palavra klappen. Schmerzen ist richtig. Hefe. Da ist der 1,5 geras gide ich. Und f IG der 1. Anfänger als der 2.. unsuper plie move. Danke. Das macht mir noch etwas... Hey, magst du jetzt vielleicht mal die Seile hier rausrücken? Scheißbaum. Nein, doch, das Boot richtig lange. Ja. Genau wie wenn ich hier auf irgendetwas draufkloppe, das dauert ewig bevor da irgendetwas rauskommt. Auf jeden Fall. Aber das ist glaube ich kein Leck, das haben die so eingestellt, glaube ich. Ja gut, ich denke mal das hat mit der Einstellung eben von den XP zu tun. Ja, denke ich auch. Aber gut, mei. Kann ich mit arbeiten, Moment. Ja, denke ich auch. Da ist es vielleicht interessanter, dann auch die Viecher dann zu haben, weißt du? Ja. Dann sammeln, weil wie gesagt, auf dem anderen Server hat er so, dass du selber schneller gesammelt hast als wie immer so ein Vieh. Ja, so wie ein Vieh bist du auf dem anderen Server auch durchgerannt und hast plötzlich eine Schneise hinter dir gehabt. Ja, ich lieg schon so wieder. So wie immer, dass du so einen Mammut braucht man nicht nochmal besorgen, aber so ein Eber war halt geil, wegen den, wegen den, wegen den Bären und so. Ja, ich arbeite dran an meinem Fernkampf. Da müssen wir nur mal so ein Eber finden, weil momentan sieht man das recht ausgestorben hier aus, alles. Und das ist auch alles ausgestorben, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich laufe hier hoch, weiß ich nicht, quer durch den Wald, hier ist nichts, gar nichts. Doch hier ist ich. Die haben mir schon alles verlegt. Kann doch sein, dass wir die Spawn-Radio runtergesetzt haben. Warum haben wir jetzt das Telefon? Natürlich. Der Telefon ist mit sich. Ja. 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 Okay. 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 Okay.